Wir grillen wieder mit euch. Die große 100,5 Frühaufsteher-Grillparty an diesem Sonntag im Kapuzinakarim in Aachen bei herrlichstem Wetter. Blauer Himmel, viel Sonne, gut gelaunte Menschen. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch natürlich noch mal noch hinweisen, dass ihr euch an diesem Tag natürlich hier ordentlich den Pfand vollschlagen könnt, denn es ist alles saugünstig hier heute bei uns. Einen einzigen Euro und dafür kriegt ihr eigentlich fast alles. Ein Euro für einen 100,5 Motorräder, auf dem die Sabine gerade unterwegs ist. Ein schnickes Teil. Es gibt Notebooks, es gibt Flatscreens, es gibt Eintrittskarten für die ganze Familie im Galapark. Also ihr könnt eine ganze Menge tolle Sachen bei uns gewinnen. Eintrittskarten für die ganze Familie im Kapuzinakarim im Kapuzinakarim im Kapuzinakarim im Kapuzinakarim. Eintrittskarten für die ganze Familie im Kapuzinakarim 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 im Kap Untertitelung des ZDF, 2020